auch die ist doch nett muss ich ihnen jetzt folgen und damit hallo zu einer neuen folge im Dojima Hauptquartier ne Tojo Clan Hauptquartier Dojima handeln die hier wirklich über ein Deal um unser Leben oder nicht wir werden es sehen sobald wir durch diese Tür treten ist doch Toshibana oder ist das alles nur ein Joke nein er sitzt tatsächlich hier Kiryu-san äh ich bin ich bin ich bin Nihara-san Ich bin der Kassi-Nihala. Ich bin der Kassi-Nihala. Ich bin der Kassi-Nihala. Gut ganz klar. Ich hatte eine Art, was ich mit dem Kassi-Nihala. Ich bin der Kassi-Nihala. Der Kassi-Nihala ist ein Kassi-Nihal. Ich muss der Kassi-Nihala mit dem Kassi-Nihala. Ich muss der Kassi-Nihala mit den Kassi-Nihal. Ich will seine Kassi-Nihal. Daher ist mir noch, der Kassi-Nihala über die Kassi-Nihala. Der Kassi-Nihala ist geket. Ich bin nur ein Foto von der anderen Seite. Ihr Geschäft ist, dass sie aus dem Regeln von der Regeln sind. Ich bin überzeugt, dass ich mich überraschend aufgeregt bin. Ich habe heute verstanden, dass ich mich für das, was ich für mich. Was ist denn so ein Geld? Ja. Ich möchte, dass ich mich für einen zweiten Teil des MDR. Ich werde mich überraschend an, um mich zu müssen. Ja, mach mal. Ich bin bei der Kyljus-Kirjus-Sag. Ich bin bei der Kyljus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus. Wenn Ihr Ihr kennt, dass der Kyljus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus-Kirjus. Doー島も馬鹿じゃない Soいつにも消されるだけの理由があるんだろ Doー島組がキリュウさんを狙っているのは 私を捕まえるためです 私は殻の一坪を手に入れるのに 必要な情報を持っています 殻の一坪か なるほど Doch... ...dohjima... ...das firm das Land zu der anderen Menschen, ...dohir nicht. Aber... ...dohjima... 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 ...dohjima? ...derEE- ...dohjima- 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 Ich glaube, es ist nicht so, dass man nicht nur ein Mensch mit der Kraft zu beantworten kann. Dojo-Clan, Headquarters equal in power to Dojima's Faction, including you, German. Equals in power to Dojima... There is no one, even within Dojima's Headquarters equal in power to Dojima... Konkrieren die dann miteinander, oder was ist... Ich verstehe es nicht. Dojima teilt eine große Menge an den Klan. Er ist ein kompetent, loyal, subordinal. Also, die verschiedenen Familien, die es hier gibt, die wirtschaften für den Klan zusammen. Aber Dojima ist doch gerade an der Führung. So,遠くない将来. Dojima総兵が東城会の三代目になる可能性は高い. それがどうした? このまま Dojima組が殻の一坪を手にすれば、 さらに莫大な金と力を得ます。 東城会に、絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。 そうなった人物は、 目上のものにも経緯を払わなくなるものです。 つまり、 あなたは、 会長代行までのぼりつめながら、 その名前にも、 その名前にも、 みじめなものになる。 何? 立まない。 Und Dojima, der ein großer Teil dieses Clans ist oder ihn supportet auf jeden Fall, der wird in der Zukunft, in der nahen Zukunft wird der dritter Chairman, Vorsitzender heißt das, Chairman ist glaube ich der Vorsitzende des Tojo-Clans. Und jetzt sagt er ihm, dass wahrscheinlich der ihn dann überholt, wenn er diesen Deal fertig macht, diesen Empty Lot Deal, dass dieser Dojima den hier überholt. Nihara-san. Das ist eine große Schreiber. Es gibt viele, die den Kiel von Tauern-Kai aus dem Motiviert. Aber nur das ist das. Es kann nicht sich etwas verändern. Du hast nicht folgen, als man es auf der Kiel des Tauern-Kai-Kai auswirkt, dass wir die Möglichkeit sein, der Top nicht verringen können. Daikoh. Ich weiß nicht mehr so, wie du den Kiefer von Tauern-Kai auslösst. Okay, was jetzt? Was passiert jetzt hier? Kommt jetzt Makoto oder irgendwie sowas? Nein, oder mit einem Koffer voll Geld oder einer Bombe? Boah, Alter, wenn das voller Geld ist, dieser Koffer. Holy moly. Nur kleine Scheine oder Münzen. Haha. Ja, es ist einfach noch mehr Geld. Das sind vielleicht vier normale Koffer. Jetzt einen in einem großen Koffer. Das ist gar nicht so viel. 5 Millionen. Das ist Maekin. Wenn die Bewegung des Doudzima-Gummi ist, dann noch mehr 5 Millionen. Außerdem, ich werde jetzt 3,5 Millionen von Kamuro-Tchow in der Kammel-Tchow-Tchow-Tchow-Tchow. Ja, wenn er eine Niere für ihn hat, dann vielleicht schon. Oder einen perfekten Hirnspender. Das ist das, wenn ich in Kohle-Tchow-Tchow-Tchow bin. Das muss ich auf die Macht haben. Ich muss keine Ge龍-Tchow-Tchow-Tchow-Tchow-Tchow. Vielen Dank. Ich denke, ich denke, dass Sie den Yakuza sehr gut machen können. Sie wissen, dass Sie sehr gut die Knie verwendet haben. Sie wissen, dass Sie einen Dojima-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz. Ich denke, ich habe einen Dojima-Benz-Benz-Benz-Benz. Ist das gut? Ich glaube schon, oder? Wobei ich ungerne der Eigentum von irgendwem bin. Vielen Dank, Herr Schermann. Du bleibst hier, Kiryu. Kiryu. Kasama war dein Kind, als du. Wie war er der Kugel? Nein, genau. Das war's für mich. Es ist ein Wort. Es ist ein Wort. Es ist ein Wort. Es ist ein Mann. Wenn ich mich zurückkeine, wenn ich mich für 10 Millionen € verabschiede, dann kann ich mich nicht verabschieden. Du hast wirklich 10 jährige Werten, oder? Du kannst dich sehen. Und wer seid ihr? Und wer seid ihr? Wenn ihr hier verletzt könnt, dann könnt ihr euch verletzen. Das stimmt. Wenn ihr hier verletzt könnt, dann könnt ihr euch verletzen. Das ist kein Verletz! Das ist kein Verletz! Das ist kein Verletz! Das ist ein Verletz! Ich will euch an Ihren. Okay, natürlich, weil das nicht hoch war. Bin wir jetzt alleine? Oder zu dritt, das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Head to the exit. Oh, ist das cool. Ach, verdammt. Ja, Entschuldigung. Ach, ich kann den nur so nehmen. Schade. Na, wenigstens kriegen wir direkt mal einen Punkt hier. Ja. Das war's. So, mit dem... Wenn der Heat aufgeladen ist, dann schlägt er auch wesentlich schneller zu. Oh, Alter. Krasse Moves. Ja, kein Problem. Die kriegen wir alle noch hin. Mann, was ist denn hier los jetzt auf einmal? Ich muss hier mal kurz den Steel wechseln. Und in den Abilities gibt es ja diesen einen Move, den ich hier mal machen wollte. Wo man mehrere Leute auf einmal irgendwie zusammen prügelt. Was? Wo war denn das? Da stand auch extra drin, dieser Combo. Okay. Overrun. Teal through a group of enemies when your health is full, knocking them back with enormous power. Aber wenn unser Leben voll ist. Na okay, das geht dann nicht. Dann vergesst, was ich vorhatte. Dann rob schnapp euch hier dich auch de So, komm mal her, in den Schwitzkasten, mein Freund. So, den letzten fliegen wir jetzt auch noch gebacken, so, ist da noch ein Blumentau vom Kopf, so, das sieht aus, 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 warum ist es zu gefährlich, ich finde es gar nicht gefährlich, können jetzt hier rausrennen, aber für was, enter, it's shut tight, okay, gut, ich weiß nicht, ob ich das mitnehmen kann, scheinbar nicht, Kiryu-san, over here, okay, wir folgen ihn, Ja, aber, kein Problem. Warum haben sie die Geldanzeige und das, das ist, 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 so, das heißt, die sind die Geldanzeige, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, dass wir uns im Kopf haben, und ihr Kraft haben, dass wir uns im Kopf haben, wir uns im Kopf haben, und zwar auch ich, und zwar nicht, seitdem, das sei eine Challenge, ... Wir gehen durch und wir stehen vor ich weiß nicht was wenn wir schon hier sind, eine Sache, genau, wollte ich nachgucken, und zwar Characters ob der gute alte Mann jetzt hier drin steht, ich glaube schon Acting Second Chairman of the Tojo Clan der aktive zweite, oder der handelnde ich weiß nicht was Acting Second heißen sollte, auf jeden Fall der zweite Vorsitzende des Tojo Clans der, also nachdem sein Vorgänger gestorben ist, ist er genau ist er quasi in die Fußstapfen ist er als Anführer als Interims Anführer eingetreten und führt den Clan an äh, doch der nächste rightful, wie heißt das nochmal ähm, richtige Nachfolger äh, auf seine Position als Vorsitzender würde der Clan-Captain sein ähm, eine Position die noch unerfüllt ist äh, deal äh, that attests to the fact that Nihera is я Tojo leader in name only and holds only limited sway within the organization. Ok, das heißt derjenige der dieses Empty Lot Deal glaub ich macht der wird Clan-Captain oder sowas und naja, data sets to the fact that Nihara is Tojo leader in name only, also der ist quasi nur der Anführer nominell aber nicht wirklich und hat nur limitierte Möglichkeiten innerhalb dieser Organisation. Das heißt er ist auf einem abgesägten Ast quasi und hat da nicht sehr viel zu melden. So, ich, ich versuche hier den einen Move zu machen. Warte. Äh, zum Maximum Level. Yes, dann nehme ich den hier, dann nehme ich... Nummer eins. Team up. Ich warte auf den nächsten Team up. Macht ihr nicht fertig, schnappt ihn euch. Yes. Oh ne, doch nicht yes. Kommt Leute. Ich brauche noch ein... Ups, Move mit euch. Ja Tashimano, du solltest nicht einfach rein rennen. 1000 Clown. Ja Tashimano, du solltest nicht mehr rein. So. Genial. Alter, wo läufst du denn hin? Ich verstehe manchmal diese Momente einfach nicht, die man hier hat. So. Nochmal. Ich frage mich, ob es das denn jetzt gewesen ist. Tashimano. Bam. Heini, it takes two. Und wir haben's. Jetzt kann ich wieder gewöhnt, gewohnt prügeln. Okay. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, das war alles ein bisschen dämlich gerade. Das war alles ein bisschen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Oh. 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 Entschuldigung. Oh. Oh, benutze ich nicht einfach die Knarre. Oh. 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 Okay, dann ein Messer. Ein Messer. Ein Schwert, meine ich natürlich. Yes. Yeah, so männlich. Doch, wir haben es geschafft. Nein, nein. Wir verletzen den nicht wirklich. Oh, wir haben kein Schwert mehr. Na egal. Und tschüss, mein Freund. So. Ich wollte mir gerade ein bisschen Leben nehmen. Äh, ich wollte mir Leben nehmen. Ich wollte mich verbessern. Okay, mal schauen, was uns dort erwartet. Äh, ich werde mir trotzdem noch mal kurz was einpfeifen. Ja, das sieht gut aus. Da nehme ich noch, äh, ja, ich lasse es nochmal. Wir müssen hier durch die ganzen Hinterhöfe laufen. Oh. Hier. Steht da ein Auto, das wir mitnehmen können? Nein, tut es nicht. Da stehen nur noch ein paar Vollhonks. Ui. Au. 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 Ich verstehe aber nicht. So, jetzt aber. Bewege ich mich zu viel, um den Heatmove nicht zu machen? Ich verstehe das manchmal nicht. Und ich verstehe auch nicht, mit welchem Recht sie quasi meinen Schlägen ständig ausweichen. Oh, danke, Tashibana. Alter. Wie viel Blut aus denen herauskommt. Das ist nicht mehr feierlich hier. So, Tojo, Lampe. Eine Lampe für dich, mein Freund. So, und noch einer. Yes. Cooler Move. Bam. Das ist jetzt echt so ein richtiges Fistfest. Hier geht's Massenkeile ohne Ende. Voll unnötig für den, aber okay. Okay. Der nächste. Nochmal. Bam. Huch. Warst du schon? Nochmal ein Schwertkämpfer. Okay. So. So, ein. Machen wir noch. Mikoshiba, ist das der selber, der, ist der wieder aufgestanden, oder was? Oh. Entschuldigung. Den hab ich nicht gesehen. Ich brauch mal wieder ein bisschen, äh, Health. Wups. Ich hab hier noch ne. Noch einer. So. So. Ich hasse es, wenn das passiert. Können wir dann alles wegflocken? Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, die Massenkeile. So ein bisschen Bad Spencer-Style. N-nantoka. Ich habe das Gefühl, es wäre leichter gewesen, durch die Vordertür kaputt zu schlagen. Was sollen wir jetzt von dem halten? Ja, schau, schau ihn hier noch länger an. Lauf doch nochmal hin und frag nochmal was. So. Oh, lula. Ich lauf. Kiryu Kazuma. Ich lauf. Kiryu Kazuma. Ano Kazama. Ano Kazama. Ano Kazama. Ano Kazama. Ano Kazama.